Hallo Leute, weiter geht's bei God of War. Im letzten Part haben wir den Landdrachen gefunden und der war nicht ohne, aber ich habe mich auch scheisse angestellt. Auf jeden Fall sollten wir jetzt hier zu diesem Weltenriss kommen. Dann haben wir da was. Vielleicht. So, ist hier so ein Lindwurm drin. Nein, ist er nicht. Ja. Habt ihr gesehen, was ich vorhatte? Ich wollte ihn von der Klippe schlagen. Bis Graz mit seinem Angriff durchkommt, ähm, ja. Dauert das eine Weile. Verdammt, ich wollte jetzt ein bisschen cheaten. Ja, cheaten ist übertrieben, aber... Wenn ihr einen Gegner vom Rand des Abgrunds werfen könnt, ist er meistens tot. Ich versuch die Idee trotzdem nochmal. Ne, er greift sofort an, oder? Ja, aber... Piss dich. Nein, weg. Oh Gott. War... Zwei? Warum sind da zwei? Warte, mich verarschen. Warum sind da zwei? Juni, wo bist du? Der ist tot. Du, ist möglichst viel Damaged, dein Knüppel noch. Nein! Warum verklappt das? Was? Was? Wo kommen die jetzt her? Wo kommen die jetzt her? Alter! Stirb! Ja, ohne Ton. Schön. Ich muss das endlich mal beheben. Ah, das ist jetzt langsam aber sicher alle. Weg da. Will das haben. Junge. Mach was. Geh mal fest nicht drauflaufen. Au. Alles klar? Ja, alles klar. Mach was, Junge! Ich wollte gerade meinen Runenangriff machen. Alter Schwede! Ich dachte, ein und dann sind da zwei, drei. Wie viele kommen denn da noch? Und das auf diesem kleinen Fleckchen Erde hier. Vielleicht sollte ich direkt mit meiner Wut angreifen. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Da sind wirklich kleine Quallenviecher da. Ja, nee, ja, nee. Jetzt ist meine Dings wieder voll. Und weg. Nein, weg! Nein! Ich kann dem nicht umkommen. Weg! Weg! So eine Scheiße. Nein! Und? Ich konnte ihn nicht wegwerfen. Nein, weg! Mach was, Junge! Und stirb! War das nicht fehl, dass hier auf einmal ein Dritter aufgetaucht ist, oder was? Ich komme, Junge! Ist er tot? Nein, ist er nicht! Lass mich da... Großer Gott! Lass mich doch vorbei hier! Da ist das Teil. Ich will es. Danke. Verpiss dich. Ich kann ihm keinen Schaden zufügen. Nein! Das ist das Schlimmste, das er machen kann. Das ist das Schlimmste, das er machen kann. Er ist noch nicht tot. Aber es ist doch schon mal was. Komm schon, Junge, mach was. Jetzt ist er tot, oder? Das waren jetzt aber nur noch zwei. Warum waren das nur noch zwei? Keine Ahnung. Meine Güte. So, in der Wüste hätten wir dann, soweit ich weiß, alles abgegrast. Außer die zwei... Ähm, Dingens hier, ne? Ja. Zwei Berserkants. Den will ich mich nicht anlegen. Das bedeutet, wir werden von dir verschwinden. Meine Güte. Da habe ich mich jetzt nicht gut angestellt, in diesem und im letzten Part. Aber kommt da solche riesigen Viecher aus dem Weltenriss? Was soll denn das? Ich meine ja nur. Oh. Spawnt da auch immer Zeugs nach? Oder wie sehe ich das? Oder war ich hier noch nicht? Alphames Kraft. Plus acht. Ich könnte tatsächlich jetzt ein Set machen. Ja, ich glaube, ich will ein Alphames Set haben. So, aber ich denke, wie gesagt, wir haben hier alles gesehen. Abgesehen von diesen Berserkern. Das haben wir auch mitgenommen, ja. Sehr gut. Dann haben wir jetzt hier einen angefangenen Part. Das macht aber gar nichts. Ja, wo ist mein Tor? Weiter vorne, ja. Kommt ihr hier durch, meine lieben Viecher? Ja, es geht doch. Okay. Dann lasse ich euch mal ein bisschen hier. Ihr könnt umher... Hallo? Ihr könnt ein bisschen umher reisen, wenn ihr wollt. Wir verschwinden jetzt erstmal. Bis ein andermal. Oh, und wo wollen wir hin? Nach Warnheim? Nach Alfheim? Warum sollte ich das machen? Svartalfheim? Muspelheim? Nein, da auf jeden Fall nichts. Helheim sollte mir auch alles gemacht haben. Niflheim. Moment. Moment mal, Moment mal. Äh, Niflheim. Das ist das hier. Ja, das ist der Rabenbaum. Okay, doch. Da möchte ich kurz hingehen. Vielleicht kriegen wir ja was. Wir haben jetzt über die Hälfte. Äh, da hin. Niflheim. Ja, da hin, bitte. Ich muss unbedingt stärker werden und ich muss dieses verdammte Parier endlich lernen. Niflheim. Odins Maske. Wie hat er überhaupt davon erfahren? Niflheim. Ich sprach eines Nachts eine Stimme zu. Sagte, er solle die Maske holen und sein Schicksal selbst bestimmen. Ich halte das immer noch für Blödsinn. Odin betrank sich, redete sich ein, eine Holzmaske würde alle seine Probleme lösen und tingelte durch die Welten, bis er ein mysteriöses Ding fand, das irgendwie passte. Die Maske bewirkt vermutlich gar nichts. Ja, vermutlich. Naja, ein bisschen Magie ist ja in der Maske schon drin. Sie hat uns den Weg gewiesen. Deswegen ja. Oh. Zeug für mich. Was ist etwa Schlacke aus der Heimat, hm? Gib die her. Dann steht ihr etwas daraus her. Schlacke. Muss ich dir die Schlacke verkaufen oder was? Was darf sein? Äh. Ressourcen. Schlackenablagerungen. Ja, da. Bringt das was, wenn ich das verkaufe? Ja, ich nehm den Scheiß. Ja, nee. Ich dachte, er macht mir jetzt was. Aber irgendwie nicht. Soll es was Besonderes sein? Warum ist da so ein Symbol hier? Das Blaue über Verkaufen. Keine Ahnung. Ähm, herstellbar. Ist ja doch was. Ultralange Abklingzeit. Ja, nie. Ich würde gerne einen Siegelstein kaufen. Du musst du was Bestimmtes? Ja, ja, einen Siegelstein. Einen einfachen. Und hier könnte ich den Scheiß wieder kaufen, den ich gerade eben verkauft habe. Schön. Von mir aus kannst du losgehen. Ja. Hier bitte das verbessern. Ähm, mehr kann ich nicht. Waffen. Ich habe keine Frostflamme. Ich habe keine gestellte Überreste. Schade. Herstellbar. Hm, nee. Was? Wolltest du etwa nur klotzen? Was? Ich habe doch was gekauft, wie gut. Hier. Nein. Äh. Stärke wird ein bisschen... Warum geht die Stärke runter? Ach so, weil das mein aktuelles Ding ist. Ich würde sagen, das machen wir. Das kann nicht schaden. Und... Was haben wir noch? Bogen. Was ist mit dem Jungen? Mit dem Jungen ist alles gut. Neues Schild? Nein. Für ein Speer vielleicht etwas? Nein. Oh, das wäre mächtig. 23 Abwehr. Ja, weißt du was? Gib mir das. Und direkt ausrüsten. Ich denke, es reicht dann auch. Keine Erstattungen. Ja, ja, sei still. Sei still. Ich möchte mal kurz sehen, ob wir hier noch irgendwas kriegen können. Vater. Auch mit der Neue. Neues Schildsaal. Voller Reu. Erfordere ich 27. Ich habe doch 27. Ach so, ich brauche noch einen jetzt. Ach so, verstehe. Okay, dann nicht. Hätte ja sein können. Gehen wir zu Freya. Oder wo soll ich noch hin? Du hast also Trolle gejagt, hm? Zu deinem Glück kann ich dir etwas aus ihren Überresten herstellen. Das freut mich. Ich schätze, der Rabenbaum läuft nicht weg. Nur für den Fall, dass du noch etwas anderes anlöst. Ich hoffe doch, dass ein Baum nicht wegläuft. Ähm, wollen wir nach Warnheim gehen? Ja, komm. Oh, wohin genau? Hier ist ja überall noch Zeugs. Da hatten wir doch so viel Zeugs vonlegen. Ja, da können wir noch nicht viel tun. Vermutlich können wir immer noch nichts tun jetzt. Ja, gehen wir da hin. Wir reisen nach Warnheim. Gut. Willst du noch Freya sehen? Ja. Schön, dass ich mitkommen kann. Ja, ne? Sag danke. Was ist letztes Mal in Warnheim passiert? Wie hast du Freya davon abgewacht, dich töten zu wollen? Wir reisten in die Dorf, um Udins Zauber zu brechen. Nach der Befreiung sah sie ein, dass ich nicht ihr Feind bin. Du hast auch einen sehr unterhaltsamen Moment verpasst, als Brock kopfüber in Freyas Lager hing. Ich hab Freya getroffen? Wie ist er? Anders als seine Schwester. Weniger überzeugt. Stimmt. Aber etwas weniger nachtragend. Und ein schlechter Anführer. Er hat das Herz am rechten Fleck. Du wirst ihn mögen. Vielleicht. Na gut. Überzeugen wir Freya. Was ist jetzt mit diesen Teilen hier? Können wir jetzt mit denen irgendwas tun, was wir zuvor nicht konnten? Nee, irgendwie nicht. Und dann nach hinten darf ich nicht mehr. Das ist ja schön. Äh, steig doch bitte ein. Oh, Moment. Jetzt kann ich auch da drüben was machen. Ich redere mich. Absperrung da ist zwar noch da. Sei still. Heute ist das eine Abkürzung quasi. Weil hier kann ich ja was machen und mir was holen. Was weiss ich noch nicht so genau. Oh. Moment. Ja, super Junge. Da kommt der nächste Pfeil. Was sagt denn die Karte? Oh ja. Letztens bin ich doch hier so herumgefahren, oder? Vermutlich. Was ist da noch? Verlassenes Dorf. Weiss ich noch nicht. Wird bestimmt irgendwann noch wichtig. Aktuell brauchen wir wieder Freya an unserer Seite. Ich kann keine Waffe ziehen. Das bedeutet, hier passiert nichts mehr viel Schlimmes. Ach so. Verstehe. Wir sind da. Jetzt kann ich hier auch noch was machen. Und boom. Seltsam. So ohne Ton. Und jetzt können wir das mitnehmen. Sehr gut. Alles löst sich quasi von alleine. Göttliche Asche. Atreus, komm. Ich stelle dir die Leute kurz vor. Moment. Was war das Blaue da? Ah, nur ein Käfer vermutlich. So, da bin ich wieder. Hier ist keiner. Wo sind alle? Bleib wachsam. Das gefällt mir nicht, Bruder. Mir auch nicht. Ist das eine Falle? Oder was? Okay, hier triggern wir scheinbar irgendwas. Oder wir warten nur auf sie. Wir werden es gleich sehen. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach so, ja, beim Amulett wollte ich was tun. Äh, wollte ich Alfheim oder As... Nee, ich wollte das, oder? Oder Asgard? Nee, wollte ich nicht. Nee, wollte ich nicht. Wollte Warnaheim eigentlich. Nee, Alfheim wollte ich. Na gut, dann werde ich das halt sonst irgendwann mal noch umpacken, das Ganze. Leute, für heute war's, das mit God of War. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.